In Graz und speziell im Umfeld von Andreas Gabayer pfeifen es die Spatzen schon seit einiger Zeit von den Dächern. Der Volksrock'n'Roller soll wieder vergeben sein. Zwei Jahre nach der Trennung von Silvia Schneider soll der Sänger wieder eine Freundin haben. Und die ist keine Unbekannte. Die ehemalige Büroleiterin von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, Lisa Wieser, soll sein Herz erobert haben. Wieser, die wie Gabayer aus Graz kommt, ist seit mehreren Monaten geschieden und wäre somit frei für eine neue Liebe. So soll das Bar bereits des Öfteren in Graz und Umgebung gemeinsam gesichtet worden sein. Fotos werden dabei aber peinlichst vermieden. Wieser löscht erst kürzlich auch alle Instagram-Postings und stellt ihren Account auf Privat um. Rund um die Weihnachtsfeiertage werden Gabayer und Wieser aber gemeinsam in der Grazer Bar die Glocke gesichtet und fotografiert. Wieser soll mit Gabayers Ex-Freundin Silvia Schneider bestens befreundet sein. Mieser